Ich bin darauf angewiesen, Menschen ins Unternehmen zu holen und dort auch zu binden und zu halten, die eine Leidenschaft haben. Wir ergänzen uns ganz gut, wir nehmen uns die Arbeit gegenseitig ab. Ich habe damals mit 16 auch nicht gewusst, dass eine Firma so harmonisch sein kann, aber der Köbig ist wirklich eine Firma, die gibt einem das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist. Man lernt nie aus und man lernt immer was dazu und das denke ich, können wir hier beim Köbig wirklich sagen, dass man hier immer unterstützt wird, wenn man irgendwelche Fragen hat, egal auch in welcher Abteilung. Man wird in der Regel, für wenn was gut gelaufen ist, am Ende des Tages dann immer gelobt, aber niemals kritisiert, für wenn man irgendetwas gewagt hat. Meine Lieblingserinnerung an Köbig ist einfach das tolle Miteinander unter den Kollegen, dass eigentlich alles immer super passt. Ich war tatsächlich in Mathe relativ ein Unterflieger, wenn man das so sagen kann, und da hat mein Chef mir das Ziel gesetzt, wenn ich zumindest eine 4 schaffe, dann kann ich die Ausbildung anfangen, was mir kein anderer Arbeitgeber quasi gestaltet hat, die Möglichkeit. Und dann habe ich nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen mit einem 1,5er Schnitt. Die Fortbildung wird bei der Firma Köbig groß geschrieben, weil wir einfach die jungen Menschen mitnehmen wollen. Wir wollen denen eine Perspektive bieten, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten. Meine neuen zukünftigen Teammitglieder sollten unbedingt wissen, dass es bei der Firma Köbig auf den Mensch-Köbig drauf ankommt. Seit 2018 bemühe ich mich mit meiner Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltig heißt Transformation der Wirtschaft und der Wahrung der Interessen, auch der Menschen. Also brauchst du Menschen, die nach oben gucken und die Verpflichtung sehen, dass es auch in zweieinhalb Jahren vielleicht auf dieser Welt noch lebenswerte Umstände gibt. Und da musst du dich in deiner Region, in deinem kleinen Umfeld für einbringen. Mein Team ist der Grund, weshalb ich auf die Arbeit komme. Man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich und das macht die Arbeit dann einfach anders. Mensch Köbig steht auch dafür, dass der Mensch eben keine Maschine ist und der Mensch ist eben nicht unfehlbar. Fehler müssen auch verziehen werden. Man muss nicht seinen Vorgesetzten fragen, hier darf ich das oder kann ich das so, sondern man kann so frei arbeiten, dass man Selbstständigkeit seine Arbeit verrichten kann. Jeder traut sich einfach, das zu sein, was er ist und das macht einfach Spaß und macht Köbig eben auch arbeitswert. Ich bin sehr stolz darauf, bei der Firma Köbig zu sein und wenn mich jemand fragt, wo arbeitest du, sage ich immer gerne beim Köbig.